Hallo, hier ist der Anschluss von Cashstation.de. In diesem Video siehst du ein ungebautes Telefon. Im Unterteil ist der Batteriehalter und ein Magnetsensor verbaut. Im Oberteil steckt ein neues Modul und ein Magnet. Beim Abnehmen des Hörers entfernt sich der Magnet vom Magnetsensor. Dieser schließt den Kontakt und schaltet die Spannung zum Modul durch. Hallo, hier ist der Anschluss von Cashstation.de. In diesem Video siehst du ein ungebautes Telefon. Im Unterteil ist der Batteriehalter und ein Magnetsensor verbaut. Im Oberteil steckt ein Voice-Modul und ein Magnet. Beim Abnehmen des Hörers entfernt sich der Magnet vom Magnetsensor. Dieser schließt den Kontakt und schaltet die Spannung zum Modul durch. Diese Variante hat den Vorteil, dass bei aufgelegt dem Hörer die Spannung abgeschaltet wird und kein Uhrstrom anfällt. Viele weitere Ideen rund um elektronische Geo-Cashstationen findest du auf www.cashstation.de. Hallo, hier ist der Anschluss von Cashstation.de. Spannung.de